Fischbesatz 700 Kilo Sander 2.500 Kilo Rotau Wir sind eine gesunde Vereinigung Wir sorgen dafür, dass es ausreichend besetzt wird mit schönen, gesunden Fischen Ich habe gehört, gesunde Fische 1,5 Kilo, 1 Kilo schwer Schwer Laichfähig Die Mindestmaß ist eigentlich über 45 cm Was jetzt kommt Dann ist Männchen und Weizen Wir werden es sehen Du machst auch noch schöne Aufnahmen Auf jeden Fall, wir machen dann für all die, die zu Hause bleiben mussten oder die heute Karneval gefeiert haben Da nehmen wir euch heute ein kleines Filmchen auf Viel Spaß dabei Und auch für so eine Menge Leute, die uns jetzt helfen Ich hoffe nächstes Mal auch wieder so viele da sind Alles klar, mein Grüß dich, danke dir Ja Genau Die Mindestmaß aufkommt Das ist jetzt was er gewesen ist Wir machen schon 10, 11 Jahre Fischbesatz Und dieses Jahr 700 Kilo jetzt Hechte Mit große Hechte dabei Da können wir auch stolz auf sein Als wir das mit unseren Freien tun Dass wir das Geld auch haben um auszusetzen Wir sind ja kein Sparklub Aber einen anderen Club Und da kommt noch bei Wir haben im März noch einen Besatz Dann machen wir dasselbe nochmal Aber dann mit 2500 Kilo Rotaugen Und auch 700 Kilo Sander Und dann ist Dann ist das Geld wieder alle Ihr fangt doch nicht Dann hoffe ich, dass nicht so viele Leute Arbeitsdienst machen Dann haben wir nächstes Jahr wieder so viel Geld Jawohl Jawohl Danke, dann fangen wir jetzt an Macht's schön Folk Vielleicht geht's Wie war das? Wie war das Einstieg? Wie wars? Das ist doch echt wunderbar. Mach es! Erstmal gehen Sie vorhin. Ich werde ja auch die Sohn noch mal kommen. Ja? Ja? Das soll doch 60 Bücher schon sein, ne? Ich spreche schon ein Hechtgefahr. Ja. Woll! Dann machst du von unten her. Da muss ja keine Arbeit stehen. Kapital, ja. Hast du ja gehört, ne? Das ist ja schön, ne? Dann kommt er hier. Kommt mal rein hier. Einmal Kescher leermachen. Hey, hey, hey! Da ist noch einer drin. Da ist noch einer drin. Einmal hintendran ziehen. Nicht in den Kescher reingreifen. Das ist ein Quark, ne? Das kam schon mit dem Ding in den Augen. Oh ja, der ist lecker. 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 Das sieht doch immer Spaß aus, ne? Das war auch nie einfach. War nicht schön, ne? Da hast du keine Mutter. Oh ja, der ist lecker. Ja, der ist lecker. Ja, der ist lecker. Ja, ja, ja. Ich hab die alle mitgeladen. Wasser, Wasser, Wasser. Ja, was da geht. Da kriegst du auch von den Arme, ne? Da musst du, da musst du, da musst du. Wenn du 700 Kilo abbrechst, da musst du ein Trading sein. Da macht man sie sogar keine Gedanken drüber, ne? 700 Kilo. Na, ich hab die jetzt rausgehoben, damit du Fotos brauchst. Ja. Dann reicht. So, bitte nicht hier stehen bleiben. Du musst doch erst schon mal bis ganz da unten, sonst haben wir gleich... Einmal ein Fotofon. Ja, ja, der Dicke muss eben ein Fotofon gemacht werden. Ja, der Dicke muss eben ein Fotofon gemacht werden. Ja, der Dicke. Wir machen eben ein Fotofon. Hier, gib mal der jungen Frau hier. Komm her. Ich kann ihn nicht halten, ich weiß nicht. Nein, ich komm hier mal ein Fotofon. Einfach so auf die Hand, Jackie. Hier, komm her. Das erste Mal, dass wir so eine hübsche Dame gehabt haben, dann muss er auch auf die Foto, ne? Nein. Nichts anpacken. Ja, sicher, nein! Nichts anpacken. Nichts anpacken. Nichts anpacken. Guck mal. Hier, wir kleinen. Du musst wohl eben auf Foto, ne? Da müssen die Frauen heute eh mit zufrieden sein. Ja, nein. Magst du nicht? Der sagt, nein, die soll nicht auf die Hand zu machen. Ja. Das ist sicher. Nein. Hier ist ein kleiner Weih. Nein, kleinen brauchen wir nicht. Nur an die Hände. Ab der. Alle selber. Die Kleinen werden auch groß. Die Kleinen werden auch groß. Ja. Nicht große Tacke hier. Die Kleinen, das sind gut, doch. Ja, die Hände sind klar, ne? Wenn sie nicht schnell genug sind, haben sie es auch nicht verdient, tot zu hören. Zeit, hier in einer halben Stunde, wenn ich mich mal ab lasse, kann man machen gehen. Ich muss keine Angst haben. So viel Wasser kannst du ja nicht ablassen, wie hier drin ist. Geht noch, geht noch. Ja, die Dicke ist mir gerade schon ein paar Mal aus dem Kescher gesprungen, die Sau, die weiß schon mal, der blüht. Ich bin von Dicke, ich habe noch keine Umhinter gesehen. Harry, der meint auch keine, ey. Vorsicht, Decker, ganz weg. Musst du mit dem Kescher auch rum. Das ist ein Waldviel, schöne Dicke. Der war voll weit. In einem wird nur 75 gelockt. So, jetzt muss ich den Kopf voran machen. Boah, der hat reingegeben, Alter. Warte, mach mal ein Foto. Törikoschen. Stimmt, stimmt. Lohnt sich schon, ne? Riss zu viel, wenn er voll ist. Wenn die ohne Würze schliegen, dann springen die direkt aus dem Kescher raus. Oh, da ist es noch fliegen, da kann man nicht klaren. Oh, da ist es noch fliegen, da kann man nicht klaren. Oh, oh. Oh. Hinten ziehen. Ja, ist jetzt. Hinten ziehen. Einfach jetzt aufziehen. Genau. Das ist doch schön, ne? Uwe, Wasser am Wasser? Ist doch schön, ne? Aber es sind doch genug, die töten, die... ... die... ... die... ... die... ... die... ... haben wir... ... die... ... haben sie durch... ... haben sie durchgegangen? ... haben sie durchgefallen... ... haben sie durchgefallen... ... haben sie durchgefallen... ... ja... ... ist die Kamera bereit? ... ja... ... 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 Ja, machen wir ein Foto! Es wird angehen, da wollen wir ihn gut an! Es wird auch ein guter Pfiff, nicht sehr attraktiert gefühlt. Schau, guck mal! Ausgekotzt! Und dann siehst du, dass das Wildfang ist! Cauchk auf! Auf das Licht! Zum Wissen! Ganz schön! Oh nein! Oh nein! Auf das Kopf! Na, das kommt heute! Das liegt gut! Das ist gut! Untertitelung des ZDF, 2020